Die größten Steinblöcke, die jemals von Menschen abgebaut wurden, die größten Steinblöcke, die jemals von Menschen angehoben wurden und die größten Steinblöcke, die jemals von Menschen transportiert wurden, die findet man im Libanon, in Baalbek. Und genau um diese Sachen soll es heute gehen. Diese Steinkolossen, diese Monolithen, die da im Jupiter-Tempel oder Jupiter-Heiligtum zu finden sind. Ja, damit möchten wir uns beschäftigen und wollen uns dann auch die Frage stellen, okay, was ist da archäologisch so spannend dran, außer dass die halt, wie man es hier schon sieht, einfach unglaublich sind von ihrer Größe her. Aber wir wollen uns dann auch noch ein bisschen anschauen, wie das denn aussieht in Verbindung mit Dingen, die wir in der Bibel finden. Also, was sagt die Bibel etwas zu Baalbek? Kommt das in der Bibel vor? Und gibt es da irgendwelche Bezüge zu dem, was wir in den letzten Videos auch mal besprochen haben, Thematik? Gab es irgendwelche anderen Menschen, Riesen, Nephilim, Rephaim, was auch immer? Darum soll es heute gehen. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und hier auf dem Kanal geht es darum, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen und einfach Themen immer wieder neu zu hinterfragen. Sei es biblische Themen, Glaubensfragen, in die wir uns hineinknien oder jetzt eben heute sogar mal was Archäologisches, was wir uns anschauen werden. So der Blick auf die Vergangenheit der Menschen, wissenschaftliche Dinge. Wie gesagt, da werden wir einfach in den Videos im heutigen auch in verschiedene Punkte reingehen. Ja, und Sinn und Zweck ist eben, ja, dass wir daran arbeiten, einfach immer wieder Fragen zu stellen. Also immer wieder zu schauen, ja, wie sieht denn das aus in meinem Leben? Habe ich da jetzt alles richtig verstanden? Und bisher war es ja einfach so in der Vergangenheit der Menschen oder auch in der archäologischen Forschung oder der Wissenschaft, dass immer, wenn man dachte, ja, wir haben irgendwie alles herausgefunden, war es bisher immer falsch gewesen. Also da gab es immer noch Lücken, die es zu schließen gilt. Und vielleicht ist das hier auch so eine Lücke. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, nochmal zurück zu diesen Wahnsinnsbildern hier, die wir hier haben. Also das ist, wie gesagt, im Libanon Baalbek diese Steine, die da zu finden sind. Und das ist im Grunde genommen der Jupiter-Tempel. Hier haben wir den, Tempel von Bacchus. Hier unten haben wir die drei Pfeile, wo ja drei sehr große Blöcke unter anderem verbaut sind. Und um mal zu sagen, wie groß die sind, also diese Steine, die wir da finden, die haben eine Länge. Hier oben sieht man den und der kleine Mensch daneben im Vergleich. Die haben eine Länge von 19 Metern und dann Breite und Höhe 4 Meter mal 3,60 Meter. Und diese drei Steine wiegen jeweils 800 Tonnen. Das Verrückte ist, der Steinbruch ist ein Kilometer entfernt. Also das heißt, diese 800 Tonnen mussten auch irgendwie dahin transportiert werden. Damit nicht genug. Also nicht nur diese drei wahnsinns massiven Steine sind da vorhanden, sondern man hat auch noch in der Lage darunter, wo haben wir es? Hier sieht man es. Also hier sind diese drei Riesensteine mit den 800 Tonnen. Und jeweils die darunter angeordneten Steine haben um die 350 Tonnen, die da verbaut wurden eben als Fundament für diesen Tempel. Hier sehen wir es nochmal. Oben eben die Menschen. Da sieht man im Vergleich, wie klein die eigentlich sind. Ja, und da gab es jetzt oder gibt es natürlich unter den Archäologen ganz viele verschiedene Theorien oder nicht ganz viele. Es gibt Theorien dazu, wie denn diese Steine überhaupt dahin befördert wurden zum Tempel. Wie denn das gemacht wurde? Und da gab es dann zum Beispiel die Theorie, also hat man dann mal ausgerechnet, um einen so einen Klotz zu ziehen, dass man ja dafür 800 Stiere gebraucht hätte. Da merkt man natürlich schon, okay, diese technische Variante wird wahrscheinlich ein bisschen Quatsch sein, 800 Stiere zu nehmen, weil die kriegt man, also beim Pferdegespann, so sechs Pferde irgendwie vor der Kutsche ist schon kompliziert genug, aber 800 Stiere irgendwie überhaupt anzubinden, also da merkt man, das kann nicht die richtige Art und Weise sein, wie es funktioniert. Eine andere Variante wäre, da gibt es einen Franzosen, der eine Abhandlung dazu geschrieben hat. Das kann ich auch mal ganz kurz hier öffnen. Und der hatte halt die Idee, dass man das mit Seilwinden, also mechanischen Vorrichtungen transportieren könnte. Gucken, ob ich es hier direkt kurz finde. So, Bildschirm umschalten, zack, Bildschirm. So, jetzt sollte er das laden. Also das ist dieses Buch hier, ich werde wie immer alles verlinken, dann kannst du dir das auch selbst anschauen. Also Abhandlung auf Französisch kann ich jetzt leider nicht. Aber wir haben hier eine Grafik von ihm. Wo haben wir sie? Da sind die ganzen Bilder. Da sind Beispiele von anderen Transportmitteln. Genau, das hier ist so eine Möglichkeit, wie man gedacht hat, na ja, auf so Rollen, irgendwie auf Holzklötzen oder sowas. Und die dann eben von diesen 800 Stieren gezogen werden oder sowas. Was aber wohl unrealistisch ist. Allein schon, weil sich die Steine immer wieder in den Boden zurückdrücken würden, wäre halt ein ziemliches Problem. Ja, und dann gibt es eben hier diese andere Methode, die erdacht wurde oder wo man überlegt hat, vielleicht wurde es so gemacht, wo man einfach hier dann ja verschiedene, ich sag mal, Mechaniken hinbaut. So kleine, wie sagt man, Seilwinden. Und damit halt die Blöcke langsam vorgeschoben werden. Das Ganze ist tatsächlich mal in ähnlicher Weise gemacht worden. Aber wesentlich später, wenn man nämlich mal schaut, die Liste antiker Monolithen oder die größten Monolithen der Welt, um da einfach nochmal zurückzuschauen. Das interessiert uns ja jetzt, wann die gemacht wurden, wo kommen die eigentlich her und so. Also die größten Monolithen der Welt, die wir hier haben, die noch im Steinbruch liegen, gibt es Platz 1. Haben wir gerade noch nicht angeguckt, oder? Hatte ich Ihnen doch gezeigt, wo die Leute draufstanden. Mal ganz kurz hingehen. Das war der hier, also hier dieser Stein oder auch hier zu sehen. Also das ist der, ich glaube, der zweite hier in der Liste von Wikipedia, weil im Jahr 2014, also hier ist nämlich dieser Steinbruch jetzt zu sehen, und im Jahr 2014 hat man neben diesem Klotz hier, der wiegt 1.240 Tonnen, daneben hat man im Sand sozusagen noch so einen Monolithen gefunden. Und zwar einen, der dann 1.650 Tonnen wiegt, der da abgebaut wurde oder schon in Form gebracht wurde. Also hier haben wir die jetzt beide. Also das ist einmal eben der mit 1.200 und dann ist der mit 1.650 Tonnen. Und das sind ja verrückterweise auch Sachen, die man jetzt erst vor kurzem gefunden hat, weil er eben im Sand noch tiefer drin war. Also wer weiß, was da noch wartet an Bauten und an Sachen, die man finden kann. Dann haben wir übrigens hier auch, hier wird bei beiden angeben, das Römische Reich war Erbauer gewesen. Fragen wir uns gleich nochmal, inwieweit das passt oder nicht. Dann haben wir hier den unvollendeten Obelisken in Ägypten. Also der ist dann auch richtig alt. Und dann haben wir hier schon wieder Baalbek. Also auf Platz Nummer 4. Mit 1.000 Tonnen, der Stein der schwangeren Frau, Stein des Südens genannt. So, und dann haben wir als nächstes einen, also haben wir einen Riesensprung dazwischen. Und zwar mit 207 Tonnen. Der ist dann wesentlich kleiner, auch vom Römischen Reich hier angegeben. Ja, ziemlich verrückt. Und was Transport angeht, das wollte ich ja nochmal ganz kurz drauf eingehen. Tatsächlich gab es im Jahr, was haben wir, 1782 den Transport von einem Stein, der 1.250 Tonnen wog oder wiegt. Und zwar war das in Sankt Petersburg gewesen. Da sieht man hier, das war damals die Art und Weise, wie dieser Stein transportiert wurde. Man hat dann aus Eisenkugeln oder irgendwie so eine Art Kugellagerschienen gebaut, worauf dann halt der ganze Klotz transportiert wurde. Und was wurde hier gesagt? Die Arbeiten dauerten ein ganzes Jahr. Also da hat man es tatsächlich geschafft. Ein Jahr lang daran gearbeitet, um halt hier so einen, naja, natürlichen Felsen, der war jetzt nicht behauen so. Da hat man ein bisschen dran rumgewerkelt noch. Aber der war jetzt nicht irgendwie in Form geschlagen, wie bei den Sachen, die wir in Wahlbeck finden. Also nochmal eine ganz andere Geschichte. Das war jetzt hier einfach ein natürlicher Fels, den man halt transportiert hat, um da eine Statue draufzustellen. Also es ist natürlich technisch machbar. Die Frage ist jetzt einfach, ja, ist das technisch machbar gewesen im Römischen Reich? Wie sieht es denn da eigentlich aus zur Zeit der Römer? Gab es sowas in Rom? Weil wenn man jetzt mal in Rom nachschaut, was haben die denn so an großen Bauwerken? Und da findet man eigentlich nichts Vergleichbares, was die Römer selbst gebaut hätten. Das ist so ein bisschen die verrückte Sache. Man kann nachschauen, ja, was für Sachen gibt es denn hier überhaupt an Monolithen, an großen Steinen. Nochmal hier eine andere Seite von Wikipedia, wo die aufgelistet sind. So, und da haben wir dann schon hier Sachen in Rom. Also hier wieder Platz 1 bis 4, alles Baalbeck, Libanon. Diese 1600 bis 800 Tonnen. So, und dann haben wir hier in Rom einen Obelisken. Da muss man aber direkt sagen, den haben die gar nicht selbst hergestellt. Das wäre ich schon mal als Hinweis. Der ist nämlich aus Ägypten dahin gebracht worden. Also der ist von einer früheren Kultur hergestellt worden, nicht von den Römern. Dann gibt es hier den Vatikan-Obelisk. Der wiegt dann 360 Tonnen. Und tatsächlich ist der auch aus Ägypten. Also den haben auch die Römer da gar nicht selbst hergestellt. Den konnten sie zwar auf dem Seeweg da hinbringen, aber sie haben ihn nicht hergestellt. Dann sind wir wieder in Baalbeck mit 350 Tonnen eben diese Fundamentsteine. Ja, und dann kommen wir langsam zu Sachen. Ne, Moment, Pompejus-Säule ist auch noch aus Ägypten hier oder in Ägypten. Also in Rom selbst haben wir hier nochmal zwei Sachen, die aus Ägypten dahin gekarrt wurden. Mit 260 und 230 Tonnen. Und erst dann kommen wir zu etwas, was die Römer selbst erbaut hatten mit 230 Tonnen. Ein Kuppeldach oder irgendwie ein Mausoleum, was sie halt irgendwie aus Stein geschlagen haben. Dann wieder eine Granitsäule aus Ägypten, aus einer alten Kultur. Was sagt uns das? Also wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, dann merkt man einfach, dass je älter die Kultur, je weiter es zurückgeht, um mit so größeren Steinen wurde gearbeitet und gebaut. Das ist eigentlich eine Kuriosität, muss man sagen. Weil man ja sagen sollte, dass zumindest in dem Bereich Forschung, Entwicklung, Architektur, dass da normalerweise, wenn das ein Entwicklungsprozess ist, Entwicklungsschritte zu bauen mit Steinen, dann müsste man davon ausgehen, dass sehr alte Kulturen eher mit kleinen Steinen angefangen haben und so. Und dann nach und nach man gemerkt hat, okay, wir können auch größere und schwerere Materialien verarbeiten. Wie zum Beispiel in Ägypten, dass dann halt, ja, es verrückt ist, dass die sehr frühen Ägypter Granit bearbeitet haben mit einer Präzision, was heute in Granitwerken mit diamantbeschichteten Sägen gemacht wird und so. Also je älter, desto größer die Steine, je älter, desto präziser, je älter, desto abgefahrener, was wir hier zu haben. Ja, deswegen, wenn wir einfach mal überlegen, Rom, wie weit ist denn Rom entfernt von, von, wo haben wir es, vom Libanon. Hier ist so eine Karte mit Entfernungsmesser, kann man mal anklicken. Rom, Libanon, das sind 2200 Kilometer auf dem Seeweg. Jetzt haben wir im Libanon direkt etliche dieser Riesensteine, die da verarbeitet wurden, aber in Rom selbst nicht zur damaligen Zeit. Das ist erstmal eine Kuriosität, wo man sich fragen müsste, ja, stimmt das, dass dieses Fundament des Tempels von den Römern errichtet wurde oder nicht? Kommen wir gleich noch zu. Und eine andere Frage, was weiß man denn jetzt über römische Architektur und die Möglichkeit, Lasten anzuheben? Also was waren so die größten Kräne, die das römische Reich genutzt hat? Und ja, da gibt es halt auch, Moment, jetzt muss ich wieder kurz gucken, ob ich das schon geöffnet habe, gibt es auf jeden Fall auch Aufzeichnungen drüber, kann man halt nachschauen. Auch wieder im Internet, was die größten Kräne waren, die das römische Reich verwendet hat. So, und den sehen wir hier auf der rechten Seite. Das hier ist so ein Nachbau davon, also das sind so die Kräne, die die Römer verwendet haben, als Möglichkeiten zum Bauen. Und hier steht eben, dass dieser Kran eine Last heben konnte von sechs Tonnen. Ja, also sechs Tonnen konnten mit diesem Kran hier angehoben werden. Und genau, und das ist, soweit ich weiß, der größte Kran, der eben im römischen Reich verwendet wurde, was ich dazu zumindest gefunden habe. Mal ganz kurz gucken mit dem zweiten Link hier. Ne, es ist das aber gewesen, ne? Genau. Also das müsste eigentlich der größte Kran sein. Ja. Genau. Jetzt haben wir ja heute die Möglichkeit, sowas zu heben. So, die großen Kräne. Ach so, ich habe gerade wieder nicht auf Wikipedia umgeschaltet, ne? Das wollte ich eigentlich zeigen. So, das ist der Kran hier. Mensch, Mensch, Jascha. So, jetzt haben wir ja auf Wikipedia oder im Internet die Möglichkeit, einfach mal zu gucken, ja, welche Kräne gibt es denn heute? Was ist so menschengemacht, heute gebaut worden, um solche Lasten anzuheben, die von mir aus jetzt sagen wir mal 1600 Donnen wiegen? Also, gibt es sowas? Ja, das gibt es natürlich. Das hat man mittlerweile halt fertiggebracht, ne? Solche Sachen zu bauen. Und auch da nochmal, ähm, gucken wir uns mal einen, so einen Kran an. Nehmen wir die gute Firma Liebherr. Die kennt man vielleicht auch vom Namen und vom Logo, ne? Von den ganzen Baufahrzeugen. Ja, und die bauen dann sowas. LTM Mobilkräne. Die haben jetzt die beiden hier eine Traglast von 700 und 800 Tonnen. So, ich öffne den mal. Also dieses Monster hier, wo, wenn man daneben steht, also die Reifen, die gehen wahrscheinlich schon so ungefähr bis auf Kopfhöhe. Ähm, dieses Monster hier hebt 800 Tonnen. Natürlich höher, ne? Aber hat eine Hubkraft oder, ja, eine Möglichkeit eben 800 Tonnen Lasten anzuheben. Jetzt haben wir in Baalbeck gesprochen von einem Monolith, der da lag im Steinbruch. Der hat 1600 Tonnen. Und man wollte den ja auch verwenden, ne? Die waren bestimmt nicht so dumm, die Baumeister, dass sie gesagt haben, wir bauen den da jetzt ab. Und dann haben sie gemerkt, oh Mist, den können wir gar nicht verwenden und transportieren. Also sollte man von ausgehen, dass ihnen das vorher klar gewesen ist, dass sie auch so einen Stein verarbeiten könnten. Ähnlich wie bei dem unvollendeten Obelisk in Ägypten. Also wo die Arbeit abgebrochen wurde, aus Gründen wahrscheinlich, weil er gebrochen ist in der Mitte. Das kann man sehen. Aber der hätte 1400 Tonnen gewogen. Und auch da, klar, wäre die Möglichkeit irgendwie gewesen, das zu transportieren. Heutzutage gibt es solche Kräne hier für 800 Tonnen Lasten. Es gibt natürlich noch größere Fahrzeuge oder dann auch stationäre Kräne, die heben noch größere Lasten. Keine Frage. Nur mal als Vergleich, dass wir heute mit der modernen Technik dann immer noch sowas hier brauchen, um so wirklich schwere Lasten zu heben. Ja, also zurück zu den Monolithen der damaligen Zeit. Was hatten wir? Wir haben darüber gesprochen, dass wir einfach eine unglaublich, ja, unglaublich schwere Steine hier haben, die da abgebaut wurden. Man sieht es hier nochmal im Größenvergleich zum Mensch, die 1600 bis zu 1600 Tonnen eben hätten transportiert werden müssen, angehoben werden müssen. Dreimal 800 Tonnen Steine sind angehoben und verbaut worden im Jupiter-Tempel. Und jetzt ist so die Frage, ja, dieser Tempel, der hier oben drauf ist, dieser Jupiter-Tempel, ist das jetzt der Ursprungstempel oder nicht? Ist dieses Fundament vielleicht von früher oder nicht? Was man zum Beispiel in Machu Picchu auch findet, in Peru, dass da halt die Inkas auf früheren Fundamenten gebaut haben, laut ihrer eigenen Aussagen. Ist das hier auch der Fall? Gucken wir mal hinein, Wikipedia auf Englisch. Da haben wir folgende Aussage zum Thema Baalbeck, also zu diesem Ort im Libanon. Jetzt mache ich mal meine Notizengröße und scroll mal runter, dass du das hier vielleicht mitlesen kannst, wenn du möchtest. Ich lese einfach mal vor. Die Hügelkuppe von Tel Baalbeck, Teil eines Tals östlich des nördlichen Bäckertals. Zeigt Anzeichen einer fast kontinuierlichen Besiedlung in den letzten 8.000 bis 9.000 Jahren. Es war gut bewässert, sowohl von einem Bach, der von der Ras-el-Ain-Quelle, der Zitadelle läuft, und während des Frühlings von zahlreichen Rinnsalen, die durch Schmelzwasser aus dem Anti-Libanon gebildet wurden. Makrobius schrieb die Grundstätte, Gründung der Städte, später einer Kolonie ägyptischer und assyrischer Priester zu. Die religiöse, kommerzielle und strategische Bedeutung der Siedlung war jedoch so gering, dass sie in keiner bekannten assyrischen oder ägyptischen Aufzeichnung erwähnt wird, außer unter einem anderen Namen. Seine beneidenswerte Lage in einem fruchtbaren Tal an einer wichtigen Wasserscheide und entlang der Route von Tyrus nach Palmyra sollte es schon früh zu einem wohlhabenden und prächtigen Ort gemacht haben. Während der kanaanitischen Periode waren die lokalen Tempel größtenteils der heliopolitischen Triade gewidmet, einem männlichen Gott Baal, seiner Gefährtin Astarte und ihrem Sohn Adon. Die Stelle, an der sich heute der Jupiter-Tempel befindet, war wahrscheinlich der Mittelpunkt früherer Verehrung, da sich der Altar genau auf dem Gipfel des Hügels befand und der Rest des Heiligtums auf seiner Höhe angehoben wurde. Der Jupiter-Tempel ersetzt vermutlich einen früheren, der auf demselben Fundament stand. Er wurde Mitte des ersten Jahrhunderts errichtet und wahrscheinlich um 60 n. Chr. fertiggestellt. Also bis hierhin erstmal. Hier wird also behauptet oder gesagt, dass dieser Jupiter-Tempel, der jetzt den Römern zugeschrieben wird, okay, der wurde im ersten Jahrhundert gebaut, super. Aber diese schweren Monolithen, die wir da haben, da wird jetzt hier schon gesagt, ja, das Fundament, das kann gut sein, dass das halt viel älter ist, worauf da jetzt gebaut wurde von den Römern. Dann steht hier noch, kürzliche Reinigungsarbeiten am Jupiter-Tempel entdeckten den tiefen Graben an seinem Rand, dessen Untersuchung das Datum der Besiedelung Tel Baalbecks in das Neolithikum, also 6500 bis 8800 v. Chr. zurückverlegte. Krass, da haben wir jetzt also ganz andere Daten als Römisches Reich und das ist relativ, ja, vor kurzem hier wohl entdeckt worden. Also wie auch mit dem Fund, wo hier noch gesagt wird, zu den Funden gehörten Keramikscherben, darunter eine Tülle, die in die Bronzezeit datiert wird. Im Sommer 2014 entdeckte ein Team des Deutschen Archäologischen Instituts unter der Leitung von Janine Abdul Massi von der Libanesischen Universität einen sechsten, viel größeren Stein, von dem angenommen wird, dass er der größte antike Block der Welt ist. Der Stein wurde unter und neben dem Stein der schwangeren Frau gefunden. Genau, der hat 19,6 Meter mal 6 Meter mal 5 Meter 50, 1650 Tonnen oder 1820 Tonnen, weiß ich nicht genau, warum hier beides angegeben ist. Vielleicht gibt es zwei Schätzungen, bin ich nicht ganz sicher. Genau, also wir halten fest, Baalbeck, nach aktuellsten Forschungen geht man davon aus, es reicht in eine Zeit zurück, 6500 vor Christus oder früher noch. Ja, und da sind halt noch Monolithen gefunden worden, vor kurzem, vor jetzt sieben Jahren. Das heißt, die Forschungen sind da immer noch im Gange, wer weiß, was man noch findet und wie alt diese Städte jetzt wirklich ist, aber wohl nicht von den Römern, die haben einfach drauf gebaut. So, das heißt aber auch dann, dass diese Monolithen noch von früheren Kulturen irgendwie gebaut und errichtet wurden. Gibt es Hinweise darauf? Jetzt könnte man ja irgendwie sagen, naja gut, ja, dann ist halt frühere Kultur gewesen. Und warum interessiert uns das jetzt hier in dem Video besonders? In den letzten Videos haben wir ja immer wieder darüber gesprochen, dass die Bibel eine Zeit beschreibt, sowohl vor der Flut, dass da Gottes Söhne auf der Erde regierten oder irgendwie waren und Nachkommen gezeugt haben. Und dass die Erde geprägt hat, die damalige Kultur negativ geprägt hat. Und diese Nephilim, diese Nachfahren der Gottessöhne halt als, ja, da eben zumindest ihr Unwesen trieben. Und die werden sogar dann in späterer Zeit nach der Flut wieder erwähnt. Also letzte dieser Nephilim, dieser übrig gebliebenen oder wie auch immer beim letzten Video darüber gesprochen, dass es da andere Möglichkeiten gibt, warum es auch nach der Flut noch Nachfahren der Nephilim gab. Aber kann es jetzt sein, das ist jetzt einfach eine Frage, die wir uns mal hier stellen können, kann es sein, dass wir also, wenn wir die Bibel lesen, das jetzt mal wirklich wörtlich nehmen und sagen, okay, es gab so einen Kataklysmus, da war eine Flut, die hat die Erde in Mitleidenschaft gezogen, in überregionalem, wenn nicht globalem Ausmaß. Aber vor der Flut war eine andere Kultur, die auf der Erde existiert hat. Und was wissen wir über diese Kultur? So gut wie gar nichts. Also aus dem Bibelbericht wissen wir, dass zumindest die Nachfahren Esaus Eisen verarbeitet haben. Das wird da erwähnt. Also da wird was Technisches erwähnt. Was interessant ist, weil wenn man im ägyptischen Museum zum Beispiel mal nachschaut, da durfte ich 2015 mal Urlaub machen, Ich habe mir da halt im Museum die Sachen angesehen, da hat man ja mit Kupfer gearbeitet, Kupferwerkzeuge. Also offiziell hatten die Ägypter gar nicht die Eisenverarbeitung oder so. Aber die Nachfahren keins, so, die Nachfahren keins, da wird in der Bibel gesagt, ja, die haben Eisen verarbeitet. Kann es also sein, dass vor der Flut eine höhere Zivilisation, eine höhere Kultur auf der Erde war, die auch diese Bauten, also die technischen Möglichkeiten hatte, ähnlich wie wir heute, solche wirklich massiven Bauwerke zu errichten. Gibt es da noch mehr Hinweise drauf? Da könnte man jetzt Bücher zu füllen, sind auch schon gefüllt worden. Ich will nur mal auf eine andere Sache noch eingehen, und zwar Forschungen in Malta, die da durchgeführt wurden. Jetzt habe ich nicht den Namen des Forschers gerade parat. Da wurden Tauchgänge vor der Küste Maltas durchgeführt. Und, ja, zeigen wir hier mal. Das zeige ich hier mal. So, das hier sind die Tauchgänge. Ich gehe mal kurz zurück. Also hier wurde vor der Küste Maltas wurden, ja, auch unter Wasser, so Monolithe, große Steine gefunden, massivste Blöcke, die man halt auch vermessen hat, die teilweise zumindest nach den Messungen, die aktuell so vorliegen, wenn es denn stimmt, also wenn man da nachher das auch bestätigen kann, dann sind diese Blöcke hier noch größer als die in Baalbeck, die da im Wasser liegen. Also sie sind nicht am Land. Auf Malta selbst gibt es auch monolithische Bauwerke. Also das ist schon auch vorhanden. Ich weiß gar nicht, ob die hier nachher noch gezeigt werden. Ich lasse mal weiterlaufen. Hier hatten wir auch noch ein Stück, wo die Forscher beschreiben, dass hier oben zum Beispiel solche Fräskanten drin sind. Oben links, als wäre da im Grunde genommen Steine rausgefräst, um andere Steine anlegen zu können und so. Also Verarbeitungsspuren, die da gefunden werden, bei diesen Blöcken unter Wasser. Und im Umfeld dieses Areals, ich glaube von sechs Quadratkilometern oder so, da sind jetzt auch keine Klippen, wo irgendwie große Blöcke abbrechen können oder so. Sondern es sieht wirklich danach aus, dass so wie an Land, ich spreche mal kurz, ob das noch kommt. Nee, kommt glaube ich hier nicht mehr. Genau. Aber wie an Land auf Malta, wo es da auch monolithische alte Tempelanlagen oder was auch immer das ist, die gibt es da, so scheint es auch unter Wasser diese Anlagen zu geben. Was bedeutet das aber? Wenn solche Anlagen jetzt unter Wasser zu finden sind, dann heißt das, die wurden nicht unter Wasser gebaut, jetzt von den Römern, dass die da in Malta getaucht sind und da unten große Klötze hingelegt haben. Sondern das würde wieder darauf schließen, dass es eine Kultur gab, zu einem Zeitpunkt, als der Meeresspiegel auch noch ein anderer war. Also das, was jetzt in der Bibel beschrieben wird, globales Ereignis Flut, dann müsste man sagen, okay, gab es eben ein Ereignis oder eine Kultur davor, die diese massiven Bauten errichtet hat. Das ist so ein Hinweis dazu, auf eine frühere technische Hochkultur, die sowas konnte. Eine andere Sache möchte ich noch mal zeigen, wie gesagt, aus meinem Urlaub in Ägypten im Jahr 2015. Ein paar Bilder, da war ich auch in Asuan gewesen, am unvollendeten Obelisk, der da halt abgebaut wurde. Und hier sieht man, also hier links die Fläche hier unten, das ist halt der unvollendete Obelisk, da kann man auch drauf gehen. Und der ist halt von einem Graben umschlossen, wo man eben den sozusagen aus dem Fels hinaus gearbeitet hat. Man sieht hier überall im gleichen Abstand solche Rillen, solche Linien. Die offizielle Theorie, was da gemacht wurde, ist, dass sich die Bauarbeiter, viele zigtausend Bauarbeiter, solche runden Steine aus Diorit genommen haben und damit halt auf den Granit hier geschlagen haben, bis der weggestaubt ist. Ich habe das mal probiert. Also die Kugel hier ist zwar hart, aber Granit wird heute, wie gesagt, mit diamantbeschichteten Sägeblättern und Bändern halt geschnitten. Also es ist eins der härtesten Materialien, die es gibt auf der Erde. Und wenn man mit diesem Stein hier auf Granit haut, dann staubt es zwar kurz, aber damit halt hier diesen Aushub hinzukriegen, halt ich persönlich und auch andere Forscher, also ich bin ja jetzt ein Laie nur, aber Bücher von Ingenieuren, die ich da gelesen habe, die sagen eben auch, das ist technisch eigentlich gar nicht machbar in dieser Präzision. Zumal, gucken wir uns noch ein anderes Bild an, also hier ist dieser Graben, wo man halt hier gerade runtergearbeitet hat, überall in gleichem Abstand eben diese Rillen. Sieht eher aus wie maschinell irgendwie, dass da was passiert ist. Und hier ist noch eine Videoaufnahme. Hier haben wir Granit, also der Boden, auf dem ich da stehe, ist Granit. Und hier fängt es eben an, wie so kleine, als ob da reingeschabt wurde. Aber es ist halt super hartes Material. Und diese kleinen Vertiefungen, die wir hier haben, die gehen hier bis unten drunter, unter den Fels da hinten. Also wenn man jetzt mal schaut, die haben immer so eine Breite von 10, 15 Zentimetern gehabt und gehen hier unter den Felsen hinten. Da sieht man es ganz gut. Hier diese jeweils Spuren, die da auch weitergehen. Und da unten drunter müsste man sich reinhocken und mit dieser Kugel hier könnte man auf keinen Fall da irgendwie in den Ecken das so aushauen. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, dass sich da jemand reinkniet und dann irgendwie, ja, dass das mit diesen Kugeln gemacht wurde. Was ich damit sagen will ist, das sind nur ein paar Hinweise. Also es gibt noch viele, viele andere Sachen. Vielleicht mache ich da nochmal andere Videos auch zu. Wo man sieht, es gibt in archäologischen Funden immer wieder Hinweise darauf, dass eine frühere Kultur, welche auch immer das war, vermutlich oder vielleicht eben diese Hochkultur von vor der Flut, das die technische Möglichkeiten hatte, die wir teilweise heute gar nicht verstehen. Also wie sie das hier gemacht haben, können wir nicht so richtig nachvollziehen. Genau, das dazu. Hier sonst noch was, was ich zeigen wollte. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die ich hier eigentlich zeigen wollte. Mal ganz kurz hier hinten. Hatten wir da noch was? Ah ja, im Vergleich dazu vielleicht einfach mal. Genau, das sind ja die ganzen massivsten Bauten, die wir uns hier angeguckt haben. Wenn man jetzt nochmal guckt, im Römischen Reich, wie da gebaut wurde, Kolosseum, auch beeindruckend, keine Frage. Aber hier sehen wir beim Kolosseum, hier oben sieht man es gut. Also hier ist ein Mensch, der da steht im Fenster und hier oben sehen wir die Steingröße. Und das sind Steine, die kann man per Hand versetzen. Also das ist eigentlich wie sowohl zur Zeit der Griechen gebaut wurde, griechische Tempel, die man sich in Ägypten angucken kann. Die haben auch immer diese kleinen Steine. Römische Tempel hier, haben dann diese kleineren Blöcke eher mit denen gebaut wurde. Aber die richtig alten Anlagen, da haben wir dann plötzlich, ja, sowas, was man da sieht. Ja, das mal so als ein paar Gedanken dazu der Thematik. Kann es sein, dass wir auf der Erde echte Überreste haben von der Kultur, die halt vor der Flut auf der Erde gewesen ist. Also die vor der Flut gelebt hat und von diesen Gottessöhnen oder den Nephilim, ihren Nachfahren, die da ihr Unwesen getrieben haben. Ja, jetzt müssen wir die Verbindung noch hinkriegen zur Bibel. Also kommt Baalbek, dieser Ort, in der Bibel vor. Das verknüpfen wir jetzt mal. Das ist jetzt so ein bisschen Hypothese, die ich abschließend hier jetzt einfach mal aufstelle. Und der Name Baalbek, den findet man so nicht in der Bibel. Also das erst mal vorab. Was man findet, ist ganz klar, das werden die meisten wissen. Also der Name Baal, Baal von Peor und so weiter. Also Baal, Götzenanbetung, dieser Gott Baal, der kommt vor, der Name kommt sehr oft sogar vor. Zum Thema Baalbek findet man in der Enzyklopädie von McClintock & Strong eine Abhandlung. Und da springe ich mal wieder zurück. Die habe ich hier übersetzt aus dem Englischen. Wer hat es auch wieder verlinken, den englischen Text. Da steht hier, Baalbek, eine Stadt in Koelle, Syrien, die für ihre großartigen, noch erhaltenen Ruinen eines antiken Sonnentempels berühmt ist und von der viele annehmen, dass es sich um den Ort handelt, der durch Salomos berühmtes Haus im Wald des Libanon bezeichnet wird. Wir erfahren auch, dass zu den Teilen Palästinas, die beim Tod Josuas von den Hebräern nicht unterworfen worden waren, der ganze Libanon gegen den Sonnenaufgang hin von Baal Gard unter dem Berg Hermon bis zum Eingang nach Hamad gehörte. Okay, wo steht das? Joshua Kapitel 13 haben wir da. Ich öffne das mal. Also hier rechts, Joshua Kapitel 13. Da steht hier in Vers 2, fängt damit an, dies aber ist das Land, das noch einzunehmen bleibt. Also das war als Jahwe zu Joshua, spricht als Joshua alt ist und sagt ihm, es gibt noch was, was noch zu erobern ist am Land. Das wurde dann später von Israel erobert. Und dazu gehört hier in Vers 4 gegen Süden das ganze Land der Kananiter und Mara der Zidonia bis nach Afeg bis an die Grenzen der Amoriter. Dazu das Land der Gibliter und der ganze Libanon. Aha, da sind wir jetzt im Libanon. gegen Aufgang der Sonne von Balgard am Fuß des Berges Hermon bis man nach Hamad kommt. Okay, also jetzt haben wir hier eine Ortsbezeichnung Balgard, aber wir haben nicht Balbeck. Gucken wir mal weiter. Was schreibt hier die Enzyklopädie? Diese Lage von Balgard ist nicht abwegig für die Schlussfolgerung, zu der einigen gelangt sind, dass es sich um nichts anderes handelt, um den Ort, der aufgrund eines der Sonne geweihten Tempels, der dort stand, von den Griechen Heliopolis, das heißt Stadt der Sonne genannt wurde und den Einheimischen Balbeck nannten und immer noch nennen. Ein Wort, das offenbar die gleiche Bedeutung hat. Den lokalen Traditionen, die Salomo als den Begründer von Balbeck beanspruchen, ist kein Gewicht beizumessen, da es die Praxis der Eroberer ist, jedes große antike Werk unbekannten Datums, das das Land enthält, seinem großen König zuzuschreiben. Das sind Auszüge, also hier deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Daher bleibt die einzige Frage, ob Balgat nicht der ältere Name des Ortes ist, der später als Heliopolis und Balbeck bekannt wurde. Balbeck bedeutet in der syrischen Sprache die Stadt des Bal oder der Sonne. Und da die Syrer niemals Namen von den Griechen entlehnt oder griechischen Namen übersetzt haben, ist es sicher, dass die Griechen, als sie nach Syrien kamen, den Ort mit diesem oder einem anderen Namen vorfanden, der Stadt der Sonne bedeutet, da sie ihn Heliopolis nannten, was zweifellos eine Übersetzung der einheimischen Bezeichnung ist. Also Griechen haben eine einheimische Bezeichnung genommen, okay, Heliopolis daraus gemacht. Die Frage ist nun, ob dieses Wort die gleiche Bedeutung hat wie Bal Gad und wenn nicht, ob irgendwelche Umstände aufzeigen werden können, die den Namenswechsel veranlassen können. Wenn wir Bal für den Namen des Götzen nehmen, dann muss wie im Fall von Bal Beck das letzte Glied des Wortes als modifizierende Bezeichnung genommen werden, nicht als Eigenname an sich. Und da Gad eine Schar ist, eine Menge oder ein Gedränge von Menschen bedeutet, wird Bal Gad Bals Schar oder Bals Menge bedeuten, ob auf die Einwohner oder auf den Ort als Pilgerort angewandt. Die Silbe Beck im Arabischen hat im Arabischen genau dieselbe Bedeutung. Nach dieser Ansicht würde Bal Gad den Ort Gad bedeuten. Also hier haben wir jetzt die Sache Bal Gad bedeutet Bals Schar und Bal Beck im Arabischen bedeutet auch Bals Schar. Also das bedeutet genau dasselbe. Das heißt hier diese Enzyklopädie geht davon aus, wenn man einen Artikel liest, dass sie sagen Bal Gad, was hier in der Bibel erwähnt wird, ist der heutige Ort Bal Beck. Das ist dasselbe. wo halt diese riesen Klötze da rum liegen, diese riesen Steine und eben dieses Fundament des späteren römischen Tempels, was halt so unglaublich massiv war. Ja, Bal Gad, wo liegt das jetzt eigentlich genau? Könnten wir uns auch mal ganz kurz auf die Karte angucken. Gehen wir mal hier auf die Karte von Israel. Hier haben wir eine Karte übrigens von von Reisen Abrahams. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass die Emim, die hier beheimatet waren, die Zusim und die Rephaim, dass die halt alle von Moses als Nachfahren der Enakita oder dann eben der Nephilim bezeichnet werden. Also das hier wären laut Bibel Riesenstämme gewesen. So, wir suchen aber jetzt eigentlich die andere Karte wegen Bal Beck. Gucken wir mal, das müsste dann hier auf der Großen sein. Ja, genau, zoomen wir nochmal rein. Falls gerade Geräusche im Hintergrund sind, das ist der Lüfter von Computer, der gerade angesprochen ist. So, jetzt haben wir hier Mohammed, hier ist der Berg Hermon. Das sieht man jetzt natürlich auf dem Computer nicht so gut. Also hier ist der Berg Hermon und dann hätten wir hier eigentlich so ein Tal, was hier lang zieht, Libanon und da ist dann Bal Beck, diese Siedlung und bis wohin sollte erobert werden noch? Was hatten wir vorhin gelesen? Bis nach Hamad. Das hier oben im Norden. Also dieser Bereich hier den galt es noch zu erobern. Wer hat denn da das Sagen mal ursprünglich gehabt? Wenn wir uns erinnern, Hermon hatten wir im letzten Video auch, der Berg Hermon oder dieses Gebirge Hermon. Da war doch angegeben Joshua Kapitel 12 Vers 4 und 5. Wen hatten wir denn da? Da hatten wir diesen Rephaim, diesen letzten der Rephaim, diesen letzten aus dem vermeintlichen Riesengeschlecht, diesen König Ok, König von Bashan. So, und was wurde über den gesagt? Dann das Gebiet Ochs, des Königs von Bashan, von dem Überrest der Rephaiter, der in Astaroth und Edrei wohnte und der über den Berg Hermon und über Salcha und über ganz Bashan herrschte. Also dieser letzte der Rephaim oder Rephaiter von diesem Riesengeschlecht oder so, der herrschte auch über den Berg Hermon. Und jetzt gucken wir mal einfach nochmal bei Google Maps rein. Vielleicht ist das da ein bisschen besser zu sehen. Google Maps, Baalbek, das heutige Baalbek, also Baal Gart, was in der Bibel erwähnt wird, was noch erobert werden sollte. Wir haben jetzt hier unten Jerusalem, da oben ist eben, wo der Point ist, jetzt hier die Bubble, ist der Baal Tempel. Und hier das kleine grüne ist der Berg Hermon, wo dieser Rephaim halt regierte. Jetzt kann man hier gucken von der Entfernung, das sind so, ja, ich würde sagen, 50 Kilometer vielleicht, 20, 40, 50, vielleicht 60 Kilometer. Also Berg Hermon bis Baalbek 50, 60 Kilometer. Das heißt also, jetzt nur mal so als Hypothese, als die Kundschafter da im Land waren, was haben sie gesehen? Also haben sie Überbliebene oder Letzte dieses Riesengeschlechts gesehen, dieser ja vielleicht früheren Art von Mensch, die irgendwie ins Dasein gebracht wurde durch die Gottessöhne, die auf der Erde hier sich an einfach Frauen genommen haben. haben die Nachfahren von eben diesem Geschlecht gesehen, von diesem vielleicht hybriden Wesen oder wie auch immer man das bezeichnen soll, diesem Genexperiment, keine Ahnung, wie es eben entstanden ist und ist ihnen vielleicht auch aufgefallen, sowas wie eben der Tempel Baalbek, wo halt diese unglaublich massiven Steine sind, weil was haben die Kundschafter gesagt? Ja, wir sind im Vergleich zu denen wie Ameisen so, wir sind mini winzig im Vergleich zu denen, die da regieren und herrschen. Also was hat diesen Eindruck bei den Kundschaftern hinterlassen? Woher kommt das? War das eine Kombination aus den letzten verbliebenen Humanoiden, die halt da ihr Unwesen trieben, ne, einem besonderen Riesengeschlecht plus vielleicht architektonischen Sachen, Bauwerken, die tatsächlich von diesen Wesen her stammten? Das ist jetzt einfach nur so eine Fragestellung, so eine Hypothese, die man jetzt hier einfach mal ansetzen könnte. Vielleicht ein letzter Gedanke nochmal zu den Rephaim, das ist aus dem Lexham Bible Dictionary, da steht, die Darstellung der Rephaim als Riesen und letztlich als direkte Nachkommen der Nephilim, Nachkommen der göttlichen Söhne Gottes über die Anarchien, ist einzigartig im biblischen Material, Während die Refum oder Rephaim, so soll es dann hier ausgesprochen werden, in Ugarit, als Krieger, also in Ugaritischen, als Krieger und Kriegerkönige galten, gibt es dort keinen Hinweis darauf, dass sie als von ungewöhnlicher Statur galten. Eine Reihe von Erklärungen für diese Charakterisierung der Rephaim wurden angeboten. Ungewöhnliche Größe wurde entweder als Zeichen göttlicher Abstammung oder göttlichen Eingreifens angesehen. Es wäre daher nicht überraschend, wenn die biblischen Autoren die Anwesenheit solcher Individuen unter den feindlichen Bewohnern Karnaans als eine Bedrohung betrachteten, die übernatürlicher Natur waren. Die jüngsten wissenschaftlichen Diskussionen zu diesem Thema sind von Doak, The Last of the Rephaim und Heiser, the Unseen Realm. Ja, also kann das sein, dass die Kundschafter eben diese Individuen, diese Wesen da gesehen haben und sie als Bedrohung übernatürlicher Natur gesehen haben und wie gesagt, Tempel von Baalbek, die größten Monolithen der Welt, die es gibt, die Menschen gemacht sind oder eben von dieser früheren Hochkultur gemacht sind oder eben diesen Nephilim gemacht sein könnten. Ja, das mal so als einige Fragen, die uns da bleiben zum Nachdenken, zum Grübeln. Also finden wir sozusagen heute auf der Erde immer noch Überbleibsel der früheren Kultur, die in der Bibel beschrieben wird. Und jemand, der halt jetzt als Christ sagt, ich glaube, die Bibel ist wahr, also wenn du christlich bist und die Bibel als wahr ansiehst, dann sollte es dich eigentlich gar nicht verwundern, zu sagen, naja, klar findet man, müsste man irgendwo ja noch Überbleibsel finden von der Kultur davor. Warum sollte denn alles verschwunden sein? Ja, und warum sollten die Kultur davor, wo Gottes Söhne auf der Erde irgendwie ihr Unwesen trieben, geherrscht haben und Nachkommen hatten, warum sollte die denn technisch total zurückgeblieben sein? Wäre das nicht logischer, dass die ihr Wissen in die Menschheit gebracht haben, wie es im Buch Henoch auch beschrieben wird oder Eisenverarbeitung in der Bibel erwähnt wird zumindest? Also kann das sein, dass diese ganzen Dinge, die wir hier finden, eigentlich für Christen eine Bestätigung des Bibelberichts sind? Bestätigung der Geschichten, die wir da finden? Fragen, die ich einfach mal so in den Raum werfe. Kannst gerne mal deine Ansicht dazu schreiben, was du dazu denkst, was dich da beschäftigt oder auch vielleicht kanntest du das, kennst vielleicht noch andere Beispiele, wo man ähnliche verrückte Dinge auf der Erde findet oder ja, hast eine ganz andere Ansicht, schreib doch gerne mal rein, was du dazu denkst. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, die Diskussion hierzu und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du mit dabei warst. Würde mich auch freuen, dich wiederzusehen, virtuell so gesehen. Wenn du noch kein Abo hast, lass doch gerne ein Abo da. Wie gesagt, hier auf dem Kanal gibt es regelmäßig Videos zu biblischen Themen, wissenschaftlichen Themen, jetzt historischer Forschung mal ein bisschen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine super schöne Woche und freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich im nächsten Video auch wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.